Ich bin Lehrer für Mathematik und unterrichte die Unterstufe an einem Gymnasium. Mir bereitet es große Freude, Kinder zu unterrichten und sie auf das Leben vorzubereiten. Natürlich sind nicht alle Schüler und Schülerinnen gleich gut und es läuft nicht immer alles rund. Aber bislang gab es keinen Konflikt, der nicht zu lösen gewesen wäre. Doch in diesem Fall bin ich ratlos. Lena war im letzten Halbjahr eine meiner besten Schülerinnen. Doch in den letzten Wochen haben ihre Leistungen stark abgenommen. Sie war schon immer eher ein ruhiges Mädchen, aber sie hat sich dennoch regelmäßig gemeldet und auf dem Pausenhof gern mit ihren Mitschülerinnen gespielt. Mittlerweile zieht sie sich stark von den anderen zurück und geht allein spazieren. Sie ist stiller geworden und scheint nicht mehr so richtig im Unterricht anwesend zu sein. Zudem ist Lena in letzter Zeit häufiger krank. Immer nur ein oder zwei Tage, aber nahezu regelmäßig. Das Halbjahr davor war sie nur einmal für ein paar Tage entschuldigt, weil sie mit dem Fuß umgeknickt war. Aber sobald es ging, war sie wieder in der Schule und hat fleißig mitgearbeitet. Das schien ihr kaum etwas ausgemacht zu haben. Aber jetzt? Ich werde sie nach dem Unterricht bitten, noch etwas länger zu bleiben, damit ich mit ihr sprechen kann. Lena? Hast du noch einen Moment? Okay, Herr Müller. Wie geht es dir denn? Gut. Ich habe das Gefühl, du kommst nicht mehr so recht mit. In der letzten Arbeit hattest du eine Vier. Dabei hast du Anfang des Jahres noch auf zwei gestanden. Was meinst du? Woran liegt das? Ach, ich kann eben kein Mathe. Deine Hausaufgaben hattest du heute auch nicht dabei. Letzte Woche hast du zweimal deine Hausaufgaben vergessen. Das ist dir vorher noch nie passiert. Frau Schmidt hat mir erzählt, dass es in Deutsch auch schlecht aussieht. Wir würden es schade finden, wenn du das Schuljahr wiederholen müsstest. Das Schuljahr schaffe ich eh nicht. Am besten, ich gehe von der Schule. Das muss nicht sein. Du musst dich wieder mehr konzentrieren. Du hast ja gezeigt, dass du es kannst. Du bekommst das auch wieder hin. Weiß nicht. Ich glaube nicht. Drei Wochen sind seit dem Gespräch mit Lena vergangen. Geändert hat sich nichts. Ich habe aber eine Vermutung, was bei Lena nicht stimmt. Eine befreundete Psychotherapeutin weiß vielleicht Rat. Ja, hallo? Hallo? Sei wachsam und sensibel für depressive Entwicklungen. Wenn du stärkere Auffälligkeiten bei einem Kind bemerkst, solltest du das Gespräch mit ihm und seinen Eltern suchen. In Absprache mit den Eltern kann es sinnvoll sein, weitere Hilfen zu organisieren. Stärke die Beziehung zu deinen Schülerinnen und Schülern. Zeige Mitgefühl und Verständnis. Äußere die Bereitschaft, über Sorgen und belastende Emotionen zu sprechen. Wenn sich Kinder zunächst nicht weiter öffnen wollen, solltest du aber auch ihre Grenzen akzeptieren. Fördere ein angenehmes und kooperatives Klassenklima. Hilf den zurückgezogenen, bedrückten und ängstlichen Kindern, von den anderen akzeptiert und eingebunden zu werden. Greif konsequent ein, gegebenenfalls in Absprache mit Kolleginnen und Kollegen, wenn einzelne Kinder systematisch ausgegrenzt, gehänselt und gemobbt werden. Relativiere überhöhte Ansprüche und negative Erwartungen. Mache den Kindern Mut für anstehende Aufgaben. Unterstütze sie dabei, Misserfolge zu bewältigen und nicht überzubewerten. Schone traurige Kinder nicht übermäßig. Versuche regelmäßige Strukturen und Anforderungen weitgehend aufrechtzuerhalten. Wenn nötig, biete gegebenenfalls zeitweilig eine engere Begleitung und kleinschrittige Anleitung an. Ermögliche Kindern mit depressiven Tendenzen Erfolgserlebnisse. Gib positive Rückmeldung für ihre Anstrengungen und auch kleinere Erfolge. Spricht die Kinder auch in ihren besonderen Begabungen und Stärken an und gib ihnen die Möglichkeit, diese zu zeigen. Werte Schülerinnen und Schüler nicht ab. Stelle einzelne Schülerinnen und Schüler nicht bloß. Greife psychische Gesundheit, Stress, Gefühle etc. als Thema im Unterricht auf. Gestalte Unterrichtseinheiten, in denen es zum Beispiel um die psychische Gesundheit von Menschen und Unterstützungsmöglichkeiten geht. Um den Umgang mit Stress, die Bewältigung von negativen Gefühlen oder die Bedeutung von Freundschaft. Nutze im Kollegium interaktive Lernformen, vorliegende Lehrmaterialien und bestehende Präventionsprogramme. Suche den engen Austausch mit den Eltern. Spricht dich, gerade wenn Kinder Schwierigkeiten in der Schule haben und sich auffällig verhalten, eng mit den Eltern ab und respektiere auch ihre Sicht der Dinge. Ein wohlwollender Austausch hilft allen. Wenn ein Kind in der jetzigen Klassenstufe oder Schule dauerhaft überfordert ist, überlege mit den Eltern gemeinsam Alternativen oder Fördermöglichkeiten. Das neue Schuljahr hat begonnen. Lena musste die Klasse nicht wiederholen. Ich habe mit ihren Eltern gesprochen. Sie wussten anfangs nicht, was sie tun sollen. Ich habe ihnen dann geraten, für ihre Tochter psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Lena hat bereits einige Sitzungen hinter sich. Sie wirkt manchmal immer noch niedergeschlagen, aber ihre Noten haben sich stabilisiert. Wenn auch nicht auf dem Stand von vor einem Jahr. Sie arbeitet regelmäßig mit und hat auch wieder Kontakt mit ihren Mitschülerinnen aufgenommen. Ich spreche regelmäßig mit Lena nach dem Unterricht über ihr Befinden. Aber nur, wenn sie das möchte. Mittlerweile öffnet sie sich mir gegenüber. Auch mit ihren Eltern stehe ich in Kontakt. Wir teilen die Hoffnung, dass Lena ihre Depressionen überwinden oder zumindest mit ihnen leben kann. Als Lehrer werde ich sie auf ihrem schwierigen Weg unterstützen.